einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen odin und ich habe heute was gekriegt da werde ich aber jetzt nicht hier großartig zeigen können weil da mache ich ein extra video zu der fire tv cube ist eigentlich da und er kam wieder erwartend über hermes also ich habe eigentlich gedacht dass er über die express die machen also ich habe immer wenn was aus dem ausland kam von über die express gekriegt das ist jetzt über hermes gewesen so dann kommen die beiden sachen noch also ist jetzt nicht alles von mir das ist alles von uns muss ich glaube nicht erwähnen dass meine frau auch sachen kauft dass ich die dann hier auch mal zeige und achtsam ich muss nur schnell an teil vom aufkleber weg hier ich habe gedacht auf der anderen seite ist noch ein bild aber ist nicht das ist eine neue baby schale die wir geholt haben holen mussten aus verschiedenen gründen und die war bei penny online war penny online ich weiß es jetzt nicht aus dem kopf penny online für einen sehr guten preis zur verfügung also online im shop und da haben wir dann gesagt greifen wir zu weil unsere mussten war ersetzen einmal die polsterung war nicht mehr so gut und die kleine hat dann drin gesessen und hat er nicht mehr gefallen zweitens ist rausgewachsen die füße haben schon drüber geguckt die die ist jetzt für bis zu zwölf kilo geeignet der sonnenschutz ist aber abgegangen das hat nicht mehr erhalten und der bügel ja der hat auch nicht mehr richtig ein gerastet der war so ein bisschen locker und deswegen haben wir jetzt einen neuen geholt gestern auch das erste mal benutzt die kleine ist begeistert ist auch relativ zeitnah da drin eingeschlafen so dann jetzt werdet ihr euch sagen weil schon wieder ja so eine eine flasche thermosflasche mit griff und in einer breiten öffnung 24 stunden soll es kalt bleiben und zwölf stunden warm wenn man da halt warme oder kalte zeug drin macht ja schon wieder ich hatte ja letztens erst einen schwarzen geholt das war eigentlich für mich die nutzt meine tochter aber auch also die große und ich hatte dann zwei rosa die haben gekauft die habt bei einer geht der deckel nicht mehr richtig und die ist jetzt für die kleine die ist klein und schnucklig da passt ein bisschen war drin 500 noch watt milliliter auch mensch mausi ja die ist gerade rollig deswegen da passen 500 noch watt milliliter rindet ist wenn wir unterwegs sind dass wir wasser rein machen können für flasche anrichten für die kleine ja und vor allem mit dem tragegriff ist dann halt ganz gut so dann das ist nicht für mich aber ich habe es bestellt und kriegt das geld wieder ein usb anschluss ein usb stick der usb c und usb hat ich darf das noch testen hat er mir erlaubt holt sich das wochenende ab ja das ist dann halt in so einer kleinen verpackung und dann hat man hier so ein plassdeteil drauf und da ist usb c und der hat 64 gigabyte und hier ist usb 3.0 kann man halt mit usb c am pc anschließen schnell sachen drauf kriegen und er will es dann halt haben um sachen schnell rauf machen zu können und wechseln zu können und usb für ältere pc oder in seinem fall halt den normalen usb anschluss für sein autoradio dann haben wir noch was dann muss ich euch mal ein stück nach unten richten ja jetzt ist hier die katze mausi würdest du ja dann mach mal was hier vor mausi mach mal platz mach mal platz ja leg dich du darfst hier kurz bleiben aber leg dich an so da haben wir dann einmal luftballons dann haben wir hier so eine also klimbim was man unten ran machen kann dann aufhängen kann dann wird band sein zum zumachen das muss ich euch zeigen das ist so süß hier ist auch noch mal ein goldenes band auch mensch mausi geh mal von der kamera weg ja goldenes band also zum zumachen und ein krönchen sieht man das mit der eins da drauf und ein krönchen hat halt hier so ein gummiband zum ummachen für den ersten geburtstag ist hier im dezember und dann hier haufen zeug noch mit bei ich packe euch den link drunter da könnt ihr euch den angucken wenn ich das hier alle draus nehme dann kriegt ihr den nie wieder so reingepackt das muss ich nämlich noch platz sparen verpacken weil es sind ja noch ein paar monate hin bis zum geburtstag sie hat einen tag vor weihnachten geburtstag also kriegst du zwei geschenke ja und dann ist eins davon und einen beschenk bestelle ich noch da kommt dann noch dem nächsten video drüber aber das ist was teurer da muss ich erstmal gucken da muss ich ein bisschen sparen für so das warte jetzt auch für die mal shoppen wir machen jetzt gleich also ich mache jetzt gleich videos über den fire tv cube also auspacken hardware angucken was alles mit bei ist und ein anschlussvideo wo wir den dann anschließen werden und den erstmal testen werden und gucken ja der wird auf englisch sein das kann ich euch schon sagen aber vielleicht überrascht uns amazon ja mittlerweile ja nochmal gucken was da uns zu bieten hat der neue fire tv ich bin mal gespannt so nichtsdestotrotz bin ich dann jetzt mal weg ich wünsche euch was bis zum nächsten mal Ahoi das ist euer Odin